Berlin leben inzwischen viele israelische und arabische Autorinnen und Autoren. Das literarische Kolloquium Berlin hat sich ihnen kürzlich in einem Symposium zu Nahost-Berlin gewidmet. Das Publikum konnte online teilnehmen. Carsten Dippel hat einige der orientalisch-jüdischen Autoren und Autorinnen aus Israel getroffen. Sein Beitrag beginnt mit einem Gedicht. Warte am Ufer des Flusses, in der Tasche meine Ängste. Schaue wieder auf die Postkarte, Ort und Uhrzeit. Kalt hier, du bist spät. So habe ich als Kind an Bahnhöfen gewartet. Rate mit verbundenen Augen, wie viel Uhr es ist. Dann segle ich, blind, zu kartografierten Ozeanen. Meine Augen sind Sonnenflecken. Wie sehr wünschte ich, du wärst, Daedalus. Viele waren untreu seitdem. Auch ich hatte vergessen, wie ähnlich sich unsere Gesichter sind. Ein Auszug aus dem Gedicht Charon von Asaph Dworri. Charon ist in der griechischen und römischen Mythologie der Fährmann, der die Toten in einem Boot über den Totenfluss bringt. Dworri, der als Erzieher in einer Kita arbeitet, lebt seit neun Jahren mit seiner Familie in Berlin. Er gehört zu einer ganzen Reihe israelischer Autoren und Dichter wie Tomer Gadi, Mati Schmuelow oder Muna Yahia, die Deutschland und hier insbesondere Berlin nicht nur als neuen Lebensmittelpunkt, sondern auch als Ort des Schreibens für sich entdeckt haben. Dworri verarbeitet in Charon auch die Erfahrungen seiner Eltern, die als arabische Juden nach Israel einwanderten. Er war damit vertreten in dem Band »Was es bedeuten soll«, einer Anthologie neuer hebräischer Dichtung in Deutschland, die im vergangenen Jahr erschien. Also meine Eltern, sie waren Immigranten in Israel. Sie heißen Schechazad. Wahrscheinlich habe ich versucht, meiner Eltern Geschichte eine Sprache zu geben, weil in Israel gibt es nicht genug Raum für solche Geschichten. Die Vielfalt der Sprachen und das Spiel damit prägen das Schreiben der israelischen Autorin Hila Amit Abbas, deren Kurzgeschichten bislang noch nicht auf Deutsch erschienen. In meiner Literatur gibt es diese drei Sprachen jetzt und das spielt eine Rolle, wenn ich schreibe. Mein Charakter kann einen Satz in Deutsch sagen oder einen Satz in Hebräisch oder in Arabisch. Das bringt etwas zur Geschichte. Auch Amit Abbas kommt aus einer Familie der Misrachim, der Juden aus dem Orient. Die Mutter wurde in Teheran geboren, ihr Vater in Damaskus. Sie spricht fließend Arabisch, lebt seit etlichen Jahren in Berlin und ist mit einer Frau verheiratet. Iran und Syrien, zwei Länder, in denen ihre familiären Wurzeln liegen, darf sie aufgrund ihres israelischen Passes niemals bereisen. Leute hier wissen nicht so viel, über was die Geschichte von Juden in arabischen Ländern war. Und wir wollten das hier bringen. Es gibt auch eine andere Geschichte und das ist nicht immer die Holocaust. Es gab andere Sachen. Auffallend bei diesen in Deutschland lebenden israelischen AutorInnen ist, dass ihr Schreiben sehr stark von jenem kulturellen Kontext geprägt ist, eben dem Nahen Osten, aus dem sie stammen. Asaf Dworhi sagt, er habe sich eigentlich erst hier in der Diaspora der eigenen Geschichte als Misrachi in Israel stellen können. Die Misrachim sind mit ihren arabischen oder iranischen Wurzeln in der aschkenasisch, das heißt europäisch geprägten Kultur Israels, bis heute kulturell unterrepräsentiert. Die Geschichte ihrer Vertreibung aus dem Irak, Iran oder Ägypten wird kaum wahrgenommen, obwohl sie inzwischen nach Schätzungen die Hälfte der israelischen Bevölkerung stellen. Auch der Lyriker Mati Schmuelow, dessen Mutter aus Bagdad stammt, teilt diese Erfahrung. Im vergangenen Jahr erschien Schmuelows Gedichtband Bagdad, Haifa, Berlin, auf Deutsch und Hebräisch. Er sagt, auch er versuche, die Dominanz der europäischen Juden und ihrer Geschichte in seinen Erzählungen und Gedichten aufzubrechen und zu zeigen, dass es auch eine außereuropäische jüdische Geschichte des Nahen Ostens gibt, die so voller Visionen und voller Traurigkeit ist. Ich denke, mein Körper der Arbeit, einige kurze Geschichte und einige Punkte, die ich hier geschrieben habe, haben versucht, die Dominanz der europäischen Juden oder der europäischen Geschichte zu ändern. Sie hatten so viele Visionen und so viele Schäden. orientalisch-jüdische Autorinnen und Autoren aus Israel in Berlin. Ein Beitrag von Carsten Dippel. Das Nahost-Berlin-Symposium finden Sie im Netz. Und das war Shalom. Allen jüdischen Hörerinnen und Hörern Chak Ranuka Sameach, ein schönes Ranuka-Fest. Das nächste Shalom erst wieder am 8. Januar auf rbb Kultur. Das heißt, mein Herz ist sehr impulsen. Das ist sehr belangrijk. Untertitelung des ZDF, 2020